Lesefest, Autoren zum Anfassen oder Buchpreisverleihung. All diese Begriffe gehören zur Leipziger Buchmesse, die auch in diesem Jahr wieder mehr als 160.000 Besucher anlockte. Aber die Messe bietet noch weit mehr. Die Bildung ist neben der Literatur das zweite Standbein der Leipziger Buchmesse. Literaturvermittlung ist der eine Bereich für Erwachsene, aber Leseförderung für Kinder und Jugendliche ist ein ganz wichtiges Anliegen, wenn Bücher gelesen werden sollen in der Zukunft, dann braucht es auch ein Training, eine Büchergewöhnung, wenn man so will. Und die findet hier auf der Leipziger Buchmesse statt. Für die Kinder und Jugendlichen in direkten Programmen, wir haben über 450 Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich. Und für die Lehrer gibt es ein großes Weiterbildungsprogramm. Lehrer aus ganz Deutschland kommen mittlerweile nach Leipzig, vor allem auch zu dem Fortbildungsangebot. Und die Zahlen sind exponentiell in den letzten Jahren gestiegen. Und wir glauben, wir haben gute Chancen, hier Leipzig als zweiten Standbein zu einer Bildungsmesse zu entwickeln. Rund 800 Lehrer nutzten den Messe-Donnerstag zur Weiterbildung und folgten der Einladung zum Bildungskongress »Kinder lernen immer und überall«, den der Hirnforscher Prof. Dr. Holger Schulze mit seinem Vortrag »Wie und wo lernen Kinder am besten? Neurobiologie trifft Pädagogik« eröffnete. »Lernmethoden aus Sicht der Neurobiologie kann man eigentlich keine empfehlen. Man kann praktisch nur darauf hinweisen, dass das Lernen von Schülern hochgradig individuell ist. Das heißt, die optimale Lehrmethode kann man eigentlich, die für allermaßen gleichsam gut ist, kann man nicht anbieten. Man kann nur sagen, für jeden Schüler individuell gibt es eine optimale Methode, nach der er persönlich am besten lernt. Das kann der Frontalunterricht sein, das kann der Gruppenunterricht sein, das kann stärkere visuelle Präsentation des Stoffes sein oder auditive, stilles Arbeiten, was auch immer. Das heißt, das herauszufinden, ist nur bezogen auf den einzelnen Schüler die optimale Methode und kann niemals, weil das so individuell ist, für die ganze Klasse gelten. Doch was fördert wirklich die Lernergebnisse? Sind zum Beispiel Klassengröße oder bestimmte Freizeitbeschäftigungen entscheidend? Überraschende Antworten präsentierte anschließend Prof. Dr. Olaf Köller. Die kleine Klasse führt dann zum Lernerfolg, wenn sie sehr klein ist, also unter 10, aber eine Klassenstärke von 30 oder 25 macht keinen Unterschied. Faktoren, die schaden, sind nicht die, die im Volksmund gerne genannt werden. Es schaden nicht generell Fernsehsendungen beispielsweise, dass viele Fernsehen schauen, schadet nicht unbedingt. Was wir wissen, was schadet, ist sitzen bleiben. Sitzen bleiben hat Kosten für die Schülerinnen und Schüler. Was wir weiterhin auch wissen, ist, dass natürlich hohe Mobilität der Eltern dann mit vielen Schulwechseln verbunden auch negative Effekte auf Lernerfolge hat. Je höher die Qualifizierung der Lehrer, desto besser der Unterricht der Lehrerinnen und Lehrer und desto höher auch die Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, letztendlich Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung zu optimieren, bedeutet letztendlich auch, dass Schülerinnen und Schüler erfolgreicher lernen. Weitere ganz konkrete Anregungen will der erstmals vorgestellte Leipziger Lesekompass geben. Er präsentiert 30 ausgewählte Bücher, die für die Förderung der Lesekompetenz in Schulen und Kindertagesstätten geeignet sind. Wir haben den Eindruck gehabt, dass was wir brauchen, sind vor allen Dingen Hilfestellungen für pädagogische Fachkräfte, also Erzieherinnen, Erzieher, Grundschullehrer, Grundschullehrerinnen und natürlich auch für die Eltern in verschiedenen Zielgruppen. Das war die Idee, gemeinsam mit der Leipziger Buchmeister den Leipziger Lesekompass herauszugeben. Neben dieser Orientierungshilfe sollte noch ein weiteres Ereignis auf der Messe richtungsweisend sein. Die Preisverleihung Schulbuch des Jahres. Auch dies eine Premiere in Leipzig. Wir haben ja drei Domänen definiert, Geschichte und Gesellschaft, die MINT-Fächer und die Sprachen. Und was alle herausragenden Schulbücher auszeichnet, ist, dass sie eine gute, altersgemäße Sprache finden. Das Zweite ist, dass die hier ausgezeichneten Schulbücher sich sehr stark auf Alltagserfahrungen, Lebenswelt der Schüler beziehen. Dass sie faktisch aus der Lebenswelt heraus die Fachfragen entwickeln und nicht umgekehrt. Die typischen Business-Besucher mit schwarzem Anzug und Aktentasche sucht man in Leipzig vergeblich. Stattdessen durchstreiften immer wieder Schülergruppen die Hallen. Sie erkundeten gemeinsam mit ihren Lehrern die Messe oder nahmen an der Bücherrallye teil, die bereits zum sechsten Mal stattfand. Eine ebenso lange Tradition hat auch das Kita-Symposium, das diesmal unter dem Motto vom Kind aus denken stand. An Erzieherinnen und Erzieher und auch an die Kinder werden enorme Anforderungen gestellt. Nicht zuletzt aufgrund der neuen Erkenntnisse der Neurobiologie. Und manchmal hat es den Anschein, als vergisst man aber diese wesentliche Persönlichkeit, die dahinter steht, nämlich das Kind. Und wir wollten wieder zurückkommen und sagen, da fängt alles an. Wenn man das Kind in den Mittelpunkt stellt, und das muss man, von da aus gehen alle Stränge nach außen. Mehr als 400 Erzieherinnen waren zu diesem Symposium des Didakterverbands der Stadt und der Messe Leipzig gekommen. Und nicht wenige von ihnen nutzen die Messe schon seit Jahren für ihre Weiterbildung. Ich fahre jetzt schon das vierte Jahr mit meiner Kollegin zusammen hierher, weil uns das sehr anregt, immer wieder neue Bildungsprozesse kennenzulernen und uns hier weiterzubilden. Wir haben hier qualifizierte Ansprechpartner, wo wir wirklich neues Input für unsere Arbeit bekommen. Input wird es wohl auch in den kommenden Jahren in Leipzig reichlich geben. Für Lehrkräfte, für Erzieherinnen und für Schüler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017